Jo und hallo Halli, der Donut mal wieder hier mit einem kleinen neuen Projektchen, einem kleinen neuen Spielchen. Es nennt sich Plasma-Bee. Tja, und was da dahinter steckt, das werden wir in nächster Zeit herausfinden. Ähm, ich nehm das Ganze hier mit der Xbox-App auf und kann es leider nicht mit OBS aufnehmen, weil er immer das Spiel abreckt. Und leider kann ich aber wiederum bei der Xbox-App keine Kamera einschalten, also bleibt es wohl bei der Stimme. Wir sehen hier auf der linken Seite zwei kleine Kometen. Und ich seh grad, der obere hat eine Art Auge und ihr seht meinen Mauszeiger nicht, aber das Auge schaut immer zu meinem Mauszeiger. Wow, ist ja ganz niedlich gemacht. Ich hab schon 30 Sekunden des Spiels angefangen zu zocken, um zu gucken, ob das alles mit der Aufnahme klappt. Und bin ganz zufrieden. Der Ton macht einige Probleme, muss man sehr leise stellen, um die Stimme noch zu vernehmen. Aber auch das kann man mit ein paar Tricks gut hinbekommen. Und wir befinden uns offensichtlich hier in einem Weltall, in einem Weltraum, in dem Weltraum, in einer fremden Galaxie. Wer weiß. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Den alten Slot überschreiben wir. Und es gibt noch eine Teleporter-Auffüll-Funktion. Sozusagen eine Art Extra-Challenge, ihr könnt's hier lesen, bei der man Energie zusätzlich einsammeln muss, um den Teleporter am Ende des Levels aufzufüllen oder zu rechargen. Ja, und ich würde sagen, wir trauen uns an diese kleine Extra-Ausforderung an und enablen das Ganze. Und jetzt genießen wir den Vorspann. Ah, wir befinden uns offensichtlich in einer Galaxie, in einer weit entfernten, fremden Galaxie. Viele Sterne, viele Sterne, und es geht los. Let me tell you about Zeb. Hier, he is now, cruising through space, without a care in a galaxy. He is a plus one being. A friendly little fellow, really? At this point, in the story, he is on his way. Oh, sorry. At this point, in the story, he is being kidnapped. What the fuck? By aliens. No. Whoa, whoa, whoa. Direkt erst mal gekidnappt. Verdammt. Okay, wir legen hier anscheinend, oder die Aliens legen an. Lassen erst mal einen Pups raus. Und wir befinden uns in einer kleinen Consulate. Poor Zeb. He doesn't know what's happening to him. Oh, why? And it's only going to get worse before it gets better. Ja. In here ans Anast. You see, shortly after Zeb was captured, the planet was based by a series of massive earthquakes. Holy shit. And all Zeb could do was hide in the corner of his prison and hope he would survive. And he survived. He stayed there for a time. Shaking with fear. Wishing he was with his friends. But that's what happened wouldn't happen until he escaped this place. And that's what he set out to do. Press A to move left. And D to move right. Okay, also wir können uns mit A nach links und mit D nach rechts bewegen. Wir können das linke Schiff drücken und uns langsamer bewegen. Wo befinden wir uns hier? In einer kleinen Kommandozelle mit einem kaputten Bildschirm. Oben links. Ein Lämpchen. Und wir gehen einfach mal nach rechts und wir verschwinden hier hinter dieser Scheibe. Wo? Was geht's? Electricity. Plus on being by. Felix, wunderlich. Danke, Felix. Wir sehen oben links. Was ist das? Ein kleines grünes wabbelndes irgendwas mit 0. Davon haben wir 0. Wir kommen hier ins Main Menü und zu den Settings. Und die sollen hier klicken. Oh, Level 1. Energy Found 0 von 1. Energy Rocket 1. Ah, 1. Klick. Ja, wir starten hier anscheinend immer. Luckily, the Teleporters were still working. Nice. But unluckily, that was sent to the other side. Verdammt, sein Pech. Of the planet. We had a long way to go yet, it seemed. Tja, und diesen langen Weg wollen wir ihn bestreiten. Weee. Wir sind also ein kleines Plasma-etwas. Ein kleines Plasma-Ding mit einem, ich nenne es mal Auge. Wir können springen. Wui. Mit W. Und ja, wir können rechts, links, langsam hoch, runter. Und nicht wirklich viel. Im Hintergrund fliegt irgendwas exotisches lang. Verdammt. Also, Press W to jump. Das haben wir schon ausgefunden. Wui. Steuerung macht sich übrigens sehr gut. Sehr flüssig, sehr angenehm. Also, ja, keine Verzögerung. Richtig schön. Auch so wabbelig, wabend. Dieser leicht, äh, diese Bewegungsmuster sind so ein bisschen weich. Ja, wie soll man es beschreiben? Ja, ihr seht es ja selbst. Scroll the mouse wheel to change forms. Wir haben zwei Formen. Die große, rote, wuuu. Die flexible und die kleine, blaue. In der kleinen, blauen können wir uns nicht bewegen. Aber wir können mithilfe dieses kleinen, blauen Extra-Bällchens Objekte bewegen. So wie es hier steht. Left-Click. Klick. Und jetzt bekommen wir so eine Art riesengroße Laserlanze. Und natürlich für diese Lanze können wir Objekte bewegen. Und müssen nach rechts kommen. Ich stelle das mal hier ab. Dreh mich zurück. Zack, hier drauf. Wui, hier drauf. Und wui. Wow, das war knapp. Checkpoint. Man kann mit der Taste I klop zurück zum letzten Checkpoint. Ich hab's richtig gelesen ab. Und unser Warten Laser. Laser Beamer. While holding certain shapes. Right-click to local. Let's set level. Ah, genau. L, okay, alles klar. Hm, 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 hm. Äh, ich geh mal davon aus, dass wir uns irgendwie hier... Okay, es fällt dann runter. What? Oh, wow. wahrscheinlich schnell zurück wechseln und dann durchlaufen überlebt während man in der blauen form ist sie wohl sehr kennt okay also wir gehen dann einfach hier drüber und dann sehen wir was damit machen können moment was was will er uns damit verraten 9 9 verdammt komm ich jetzt zum letzten checkpoint kann ich die kiste mitnehmen hier würde ich gerne dann gehe ich hier mal rüber noch ein bisschen näher so dass ich an die rankommen und hier komme ich nicht mehr an also noch hier drauf so jetzt komm ich ran ich stelle mir die man hier so praktisch hin sagt und geschafft mini-rätsel gelöst shortly after escaping bis prüssen sie hat das covert es strange piece of energy floating in the air to surprise wie konnte he could absorb it and store the energy here nice energy absorbing gar und er macht einen mega sprung was mich jetzt interessiert kann ich denn beim runterfallen noch springen nein gut das wäre unlogisch gewesen m ja starben 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 du kommst hier hin du kommst hier hin und ich nehme ich als treppe komm ich denn so hoch wir werden es merken wenn ich ja müssen sie schaffen und ich glaube ich nehme ich mal mit ach kann ich dich auch so ein bisschen rüber schießen bämm nö mit schwung vielleicht ein bisschen ein bisschen kann man die auch die trägheit ausnutzen so nehme ich mal mit man weiß ja nie was noch kommt du 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 ich kann doch nicht so schieben checkpoint tja und jetzt ist genau der punkt gekommen an dem ich meines erachtens die blöcke brauche den dahin wo wo ich kann mich also ziemlich leicht selbst aus der welt heraus befördern indem ich mich hier mit den boxen weg schieb a a a yep hier drauf und ein gewaltiger sprung nach rechts joo fuck das war zu knapp schade was moment wie soll das denn jetzt gehen mit nur zwei boxen nein ich brauche meine boxen muss ich wieder zurück oder wie ernsthaft komme ich nicht so rüber moment das probiere ich erstmal ich muss ja eigentlich nicht besonders hoch sondern nur weit ich probiere es mal ich probiere es mal ja okay das reicht also zwei reichen vier war zu übertrieben und wir haben es offensichtlich geschafft he soon found another teleporter nice but unfortunately this one had insufficient power for use luckily our little friend was a clever fellow ha wir waren so schlau so and quickly reach hard to machine using the energy you heard absorbed earlier nice dda 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 schafft geschafft 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 ja ich dachte eigentlich das rote wird grün so im sinne von activated ja also damit habt ihr schon mal einen kleinen eindruck gewonnen Ich hoffe, euch gefällt es und man sieht sich dann in der zweiten Folge, wenn es wieder heißt Plasma Being. Bis dahin.